Wie viele 5-stellige Zahlen sind teilbar durch 5? Für die 1er Ziffer gibt es nur zwei Möglichkeiten, die 5 und die 0, denn die Zahl muss ja teilbar durch 5 sein. Also für die 1er Ziffer haben wir zwei Möglichkeiten. Für die 10er Ziffer der Zahl gibt es 10 Möglichkeiten, eine der Ziffern von 0 bis 9. Genau dasselbe für die 100er Ziffer, sowie auch für die 1000er Ziffer. Vorsicht bei der 10.000er Ziffer, diese Ziffer darf nicht 0 sein, denn wäre sie 0, dann wäre die Zahl nur 4-stellig und nicht 5-stellig. Also haben wir für die 10.000er Ziffer nur 9 Möglichkeiten, eine der Ziffern von 1 bis 9. Also so. Und somit gibt es insgesamt 9 mal 10 mal 10 mal 10 mal 10 mal 2 Möglichkeiten, also 9 mal 10 hoch 3 mal 2. Und das macht 18.000. Bei dieser Frage wurde nur die Endantwort verlangert. Die Endantwort verlangt.